Ein braver Mann, der Herr Förster. Aber nun kommt Ali in den Schenkgiebel. Es wird hier schon recht dämmerig und schaurig. Wir wollen gute Freunde bleiben, wackerer Bursch. Auch ich gönne ihm morgen das beste Glück. Jetzt schlag er sich die Grillen aus dem Kopf. Nehmt er sich ein Mädchen und tanzt er mit hinein. Ja, es wäre mir wie tanzen. Nun, wie's, Billy?